Ja, jetzt habe ich ein sehr, sehr positives Gefühl. Mal gucken, ob dieses Gefühl auch rechtfertigt ist. Nürnberg gegen den VfB Stuttgart. Ein interessantes Spiel für beide Mannschaften, 10 und 3 Punkte. Schöne raus auf Diekmeyer, Flanke, Karestias kommt nicht ganz lang. Ja. Ciao. schöner Schuss gute Parade von Jens Wiener Eckball bringt ihn bei hinein Karis Tiers oh aber auch abseits Nürnberg dringt auf das Tor des VfBs verständlich nach den bisherigen Ergebnissen ein Sieg ist Pflicht Risse Karis Tiers kommt mit ein bisschen Glück zum Schuss K Mink Gegen Martin Larnich. Franz. Gündogan. Halbzeit. 0 zu 0. Noch alles drin für beide Mannschaften. Bunyaku Lehmann hält Ecke. Karis Theas gewinnt da sehr viele Kopfball-Duelle, aber... Karis Theas. Ach, schade. Macht heute ein gutes Spiel. Schade. Bunyaku. Auf Karis Theas. Pi Nuller. Pi Nuller. Torquia. 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 Minacro. Pinuller. Schöner Flankenwechsel. Diekmeyer. Franz. der letzte Pass Bunyaku Genugan Karisteas das glaub ich jetzt nicht die 90. Spielminute Albert Bunyaku 1-0 für den VfL9 Ech, für den 1 aufzunehmen ich bin völlig außer mir es sieht so aus als würde ich dieses Spiel gewinnen das glaub ich nicht wer weiß was mir passiert was für ein Spiel spannend bis zur letzten Minute mit einem glücklicheren Ende für mich besser kann es nicht laufen damit erstmal auf Platz 12 und nur noch 4 Punkte vom Saisonziel mindestens Platz 6 entfernt sieht also relativ gut aus bis zum nächsten Mal und hoffentlich auch bis zum den nächsten Sieg dann spielen wir gegen Ohm auswärts bei Hertha für mich als Union-Fan ein sehr sehr wichtiges Spiel bis dann bis zum nächsten Mal und zum nächsten Mal